Sag mal Christian, eure Wiser-Komponenten, die finde ich echt klasse, deshalb habe ich die auch zu Hause. Aber wenn jetzt KNX mit dazu kommt, heißt das, ich darf die dann wegwerfen? Gott sei Dank nicht. Dafür haben wir eine Lösung. Und zwar unser KNX Hybrid-Modul in Kombination mit unserem Wiser4KarNX. Das heißt, du kannst jetzt, wenn du beides in Kombination nutzt, über die Zigbee-Antenne hier das komplette Wiser-Portfolio, was du zu Hause hast, mit in KNX einbinden. Und das Coole ist an der Stelle, ich kann ja nicht nur die bestehenden Komponenten einfach mitnehmen, sondern ich kann ja auch dann jederzeit sagen, ich brauche jetzt noch eine schaltbare Steckdose oder einen Taster und kann einfach neue Wiser-Komponenten dazu packen. Genau. So wie bei mir im Beispiel, wie ich es ja gesagt habe, vergessen, welche einzuplanen und kann jetzt hier über unseren smarten Zwischenstecker quasi über eine schaltbare Steckdose übers KNX nachrüsten. Finde ich hier eine total geniale Lösung? Das muss ich mir mal näher angucken.